Immer mehr Deutsche sind fest davon überzeugt, dass der Staat viel zu viel für Ausländer tut und viel zu wenig für sie. Und ich sage Ihnen, das ist auch ein Verdienst von Pegida. Die lustigen Montagsmarschierer haben jetzt gerade sogar eine eigene Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl in Dresden benannt. Tatjana Festerling, Sie hier, ja, bis vor kurzem noch bei der AfD, aber denen war sie dann zu rechts. Ich verstehe das gar nicht. Hier ein kurzes Best-of von ihr zum Thema, was uns alles droht im, ich zitiere, linksversifften Deutschland. Okkulte Riten der Multitoleranz-Weltanschauung, Genderismus, Feminismus, Veganismus, Islamismus, Beschneidungen, Amputationen und gendergerechte Steinigungen. Terror der schwul-lesbisch-queren intersexuellen Minderheit. Willkommen in der Freiluftpsychiatrie Deutschlands. Kuckuck. Ja, verstehen Sie, wir sind die Irren, Pegida und Frau Festerling, das sind die Normalen. Es ist wirklich Wahnsinn, wie die die Begriffe umdrehen. Müssen Sie mal in die Foren gucken. Die halten sich für Freiheitskämpfer, Kämpfer für den Anstand und gegen eine perverse Welt, in der sich alles nur noch um Sex, Sex, Sex dreht. Das Brutto-Nationaleinkommen eures Staates wird explodieren, weil die Gummimuschi- und Plüschpimmelproduktion für die Sexualaufklärung in Kindergärten und Schulen massiv angekurbelt werden muss. Ich kenne mich nicht aus mit Sexspielzeug, aber was in Gottes Namen macht man mit einem Plüschpimmel? Nur mal eine technische Frage jetzt, ja. Gut, wir wollen die Frau jetzt nicht auf dieses eine Thema reduzieren, die interessiert sich doch bestimmt auch noch für andere Sachen. Rudelfick statt Physikveranstaltungen, Kondom-Abroll-Wettbewerbe in Kindergärten mit anschließender Karottenkönigkrönung. Jetzt mal echt unter uns. In welchem Kindergarten auf der ganzen Welt gab es jemals einen Kondom-Abroll-Wettbewerb? Aber noch wichtiger, was zum Teufel ist ein Karottenkönig? Ist ja egal. Frau Festerling will im Juni Bürgermeisterin werden in Dresden. Da lassen wir von der Heute-Show uns natürlich nicht lumpen und spendieren den passenden kostenlosen Wahlspot. Tatjana Festerling. Eine Frau besorgt Dresden so richtig. Sie fordert... Freies Vögeln für Asylbewerber. Geil. Dann will sogar der Pfaffe eine Runde Nutten spendieren. Diese Frau kennt wirklich keine Tabus. Nur sie steht in Dresden für... Sexualscheiß. Ja, ich sag's nochmal. Sexualscheiß. Tatjana Festerling. Tiefer, härter, fester...ling. Wählen Sie am 7. Juni die ASDAP. Die Analsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Die Frau Festerling. Können Sie gerne verwenden den Spot.